Und herzlich willkommen zu Dragon Ball, ach Dragon Ball, jetzt habe ich Dragon Ball im Kopf, warum habe ich Dragon Ball im Kopf, zu New Super Mario Bros. Yo, beziehungsweise das neue Dragon Ball in Jump'n'Run Sektor, scheiße man, ich komme auch langsam durcheinander mit dem Projekt, ich werde alt, alt, nein, oh, zwei Ups, oh, da war der, hä, hab ich den ja gesammelt, scheiße, oh, habt ihr das gesagt, ich müsste theoretisch gesagt, vier Ups haben, Dray Ups Ups No, 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 no. Aua. Einer ist noch übrig. Boah. Der wollte mich platt machen. Jetzt müssen wir schon zu Geschiss kommen. und... ich hatte noch eine kurze frage deswegen würde ich das noch beantworten so jetzt bin ich voll für euch da oh nein schon wieder dieses eis ne dieses eis dieses eis macht mich macht mich verrückt geronimo sollte mich nicht so verrückt machen aber ich wollte gerade sagen die kleinen stacheln die wir zerfetzen wow da hat er den speedrun gemacht die schildkröte einfach runtergesprungen dobe schildkröte was sind das eigentlich für dinger hier komische schildkröten sind das so teure schildkröten oder was scheiße was hab ich verkackt ich hab nur abgesprungen da kann der foxy nicht mehr reden wow hab doch gar nicht gesehen man warten warten und sprung 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 warte schweißen ach du schweiß die werden zu nehmen wo kommen die kleinen dinge auch immer runter die scheiß dinge wow der letzte in der ca das 09 Ich habe gerade auf dem Bildschirm gehofft, bin ich gerade runtergefallen? Das ist nicht, das ist Danny, dude. Mario-Time. Wir holen unten das Pilzhauschen. Und dann gehen wir nochmal oben hin. So, warte, ich muss mir noch smaken, ja. Ganz rechts. Ganz rechts. Der in der Mitte, der in der Mitte, der in der Mitte, der in der Mitte. Der links, rechts, Mitte, links, Mitte. Ich hoffe, ich habe den richtigen jetzt. Boah, wann hält er das denn auf? So. Du. Weg. Du hin. Hey, hey, bleib da. Ich hoffe, das ist der richtige. Okay. Ich wollte aber noch ein Item haben. Na gut, da haben wir wenigstens noch Feuer. Wir haben voll viele Sterne, Mann. So, machen wir oben das Level. Wagenlift Waggons. Hört sich ja. Boah, habt ihr gesehen, das war Skill. Das war Können. Das war fantastisch. Das kann nur der Vorhox sehen. Wie soll ich denn da oben drankommen? Wie soll das gehen? Jetzt muss ich doch voll am Limit. Ach du Scheiße, das klappt doch nicht. Oder? Hey, du. Boah, du scheiß Nasenhorn. Ding, nein, Eichenhörn. Eichenhörn. Eichenhörnchen. Eichenhörnchen. So. Nein. Das war eine doofe Idee. Jetzt rennen wir aber durch. Scheiße. Wir speeden jetzt. Speed up. Ja, sagte er und machte einen, äh, komischen Jump. Jump, jump. Äh, da oben schon wieder einen. Blööö. Ich müsste eigentlich ein. Wie heißt das scheiß Ding? Eichhörnchen skin haben. Weil sonst passt das ja. Durch. Und durch? Wohin? Ach, hier runter. Oder auch nicht. Und da oben ist bestimmt die nächste Starcoin. Nee, 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 nee. Kannst du mal vergessen hier, ey. Ich möchte einfach nur durch. Puh. Bitter, motherfucker. Nein, das wollen wir sagen. Ich wollte anders sagen. Nehmen wir mal das hier. Was ist denn da anders dran? Das sieht aus wie so ein... Da hat man ein Pierenkopf. Versteh ich nicht. Ach so. Der gleitet. Super. Der gleitet. Ah, du böses... Ah, ich hör'n schon. Das ist ja voll kompensiert. Ich krieg' noch ein Herz noch. Oh, nein. Andere krieg' ich von Horrorspieler Herz noch. Ich krieg' von dazu noch ein Herz noch. Oh, ey. Das ist ja heftig, Mann. Heftig, deftig, kräftig, gut So, das Buchhaus ist frei Danach kommt schon der Schluss Ich schiel mal so auf die Uhr Pischhalter-Partys Was willst du? Gib mir ein Yoshi Ich geh mal hier rein Das kommt mir am logischsten vor Was? Boah, das ist ja creepy Ähm Okay Geht's denn hier weiter? Na, da war ich dran drauf Ähm, komm Bad Wills, too Mann! Was? Scheiße! Kann ich dich irgendwie damagen? Ich möchte dich damagen! Natürlich kann ich das nicht! Was soll ich machen? Wer hängt ja genau an meinem Punkt da? Die nächste Schildkröte hat den Lippensniff des Monats. Was sieht denn so verrückt aus? Ist es verrückt, wenn ich sage, es ist geil? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich geh aber diesmal nicht da rein! Hey! 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 Das geht auch nicht! Hey! Was haben wir gewonnen? Ich geh direkt hier rein! Hey! Bleib diesmal weg, Bro! Warte! Warte! Kondinanz! Kondinanz! Was weiß ich jetzt? Ich weiß nicht, was die blauen München geben! Ich weiß es nicht! Ich weiß es aber nicht! Oh mein Gott! Wie ist denn das jetzt? Ich weiß nicht! Ich weiß es nicht! Aber nein! Oh mein Gott! Das ist alles gut! Guck! Ah man ich drück immer die falsche Taste. Zurück. 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 Kann ich die Dinger eigentlich ordnen? Ich weiß es gar nicht. Also wir kommen von der Sache irgendwie näher. Warum geht das hier nicht jetzt? Alter. Really? Weg! Geh weg! Du machst was du willst. Das ist doch nicht wahr ne? Ich brauche so einen Yoshi. Die Schnecken die Scheiße weg. Die Schnecken die Scheiße weg. Oh. 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 Ne Blüm. Victor Blüm. Na komm. Oh. 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 Wir haben nicht ewig Zeit. Oh schau. Oh oh. Oh baby. Was jetzt? Wir müssen hier zurück. Geht auch nicht. Scheißgeist, ne? Geht das noch nicht hoch, ja. Blöder Geist, du. Habt Angst, durch mein Feuer. Bih, bih, bih. Gar nichts. Wir können ja nur da rein. Oder bin ich jetzt gerade wirklich? Hä? Kommt doch wieder da hinten raus. Hm. Scheiße. Alter, ich hab vergessen, das ist... Oh Mann. Die Geisterhäuser sind so scheiße. sitting. Aber,停. Geisterhäuser instempeln. Kipp. Ja, passt zu. Ohiri! Töra! Töra! Was war denn die untere Tür? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ist auch nur ein Durchgang. Was ist da nix? Oh Mann Das ist doch scheiße Ne, das Geisterhaus will ich noch in diesem scheiß Part haben Ist mir egal was kommen Das Geisterhaus will ich noch haben, ist mir scheiße ich habe gedacht lange dauert Ich komme aber jetzt nicht weiter ne Das ist irgendwie total komisch Geht es denn hier wo lange, ne Ey, jetzt wurde der Törnern Ich komme dann nicht durch Egal Perfekt Oh 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 Aber es zu spät war Gibt es nicht noch Oh 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 Nix. Ich verstehe das nicht. Ich werde diese, diese Deppich nicht. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Komm mir das mal erzählen. Kann doch jetzt sein. Again here. Und die Münzen bleiben da hinten stehen. Das muss doch irgendwas bedeuten. Das Buch ist scheiße. Ich verstehe das einfach nicht. Gibt es da nicht noch eine andere Tür irgendwie? Außer die... Warte mal. Ja was soll ich machen? Ich weiß nicht wohin. Ich weiß gar nicht. Da ist nichts angezeigt. Gar nichts. Was soll denn die Scheiße? Gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer 13 von New Super Mario Bros. Bis zum nächsten Mal. Tschö, 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 tschö. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.